Wie lustig, wenn du mit der Nase sprechen könntest. Nee, so richtig. Das war moin moin und hallo. Wenn man durch den Mund und durch die Nase gleichzeitig sprechen könnte. Wie lustig wäre das denn? Los, auf geht's. Hast du das Kabel nochmal gecheckt? Ja, das Kabel steckt morgen fest. Diesmal kannst du es nicht hören. Das kann man nicht hören. Achtung. Das geht so nicht. Doch. Wir machen gleich nochmal eine Beine davon. Kann nicht sein. Hast du das Kabel nochmal gecheckt? Ja, das Kabel steckt bombenfest. Diesmal kannst du nicht daran liegen. Der ist geil. Der war richtig gut. Da haben wir wohl dieses Jahr wirklich kein Internet. Ich hab die Kamera geguckt. Nee, ich hab hier auf die Schraube geguckt. Dann schiebst du wenigstens die Linse. Du kannst doch mir bestimmt was sagen über die Spiele, die 2020 rauskommen, aber noch kein festes Release-Datum haben, oder? Ja, auf jeden Fall. Ah, cool. Das ist super, weil ich brauch die, weil sonst schlägt Colin mich tot. Ja, das Spiel ist... Ja, du, das ist mir scheißegal. Das ist hier keine Modenschau. Mach den Beitrag fertig. Mando! Ja, das ist mein Baby. Oben auf die Landwehr. Das muss man auch erst mal schaffen. Shotkarate musst du aufmachen, glaube ich. Was ist vorher abgefallen? Du hast das Metall verbogen. Ich hab gesagt, ich brauch Infos und nicht so ein schäbiges Bauerntheater. Aber wir haben doch alle Infos. Ach ja? Und was ist mit den neuen Konsolen? Xbox Five und Playstation. Hast du nicht gesehen? Was? Ach, zwei. Xbox Five. Und der Hetser, der kann nicht zaubern. Das weiß doch jeder. Der kann aber zaubern. Der kann nicht in die Zukunft gucken. Das weiß doch jeder. Ach so, der kann wohl zaubern. So. Der kann ja nicht. Wohl. Natürlich. Ich hab irgendwie aus meinem Hals rausgeholt. So, oder? Und? Was ist das da für ein schöner Pell? Ach so, das ist mal bei der... Das ist mal bei der Hand. Das hier, oder was? Das ist meine Hand. Das ist so ein kleiner Dill. Ja, ja. Haha, Schwanz. Haha, Schwanz. Ja, das ist mit dir. Okay. Haha. Wenn ihr Rollenspiele machen wollt, dann macht ihr es im Kinderzimmer, aber nicht in der Sendung. Ach so, ich hab gedacht, ich war es den Ganzen. Die Frau ist das traurig. Ich hab mich verlesen. Ja, ich hab mich verlesen. Ach so, ich dachte, ich lese es ab, dann muss ich es nicht auswählen. Ich hab mich verlesen. Was kommt denn jetzt? Doomie-Tunnel! Das ist total brutulisch! Brutule! Was ist denn brutul? Brutul! Hast du das Kabel nochmal gecheckt? Ja! Dieses Mal steckt sich direkt nicht drin. Nein! Achtung! Warte! So! Und! Bitte! Okay! Okay! Ja, Herr Lehrer! Natürlich hab ich meine Hausaufgaben zu Hause vergessen. Oskar prämiert das Meisterwerk, mit einem Furzgeld zu verhunzen! Haha, Leute. Wir sind echt dumm. Ich weiß, woran es liegt. Schaut mal! Warte, jetzt! Daran kann es also nicht liegen. Nein, da kann es nicht liegen. Ja! Das ist dumm, ey. Das kennen wir doch im Leben nicht. Ja, aber das Kabel war nicht auf der einen Seite, sondern im Serverraum nicht drin. Jetzt ist es drin. Ja, okay. Machen wir nochmal? Den könnten wir schon mal nehmen. Flieg, flieg, flieg. Hau endlich ab! Du Piss-Snecke! T-Zack und flieg. Das waren Outtakes. Ich sag's euch. Uns passieren Sachen. Wenn ihr sehen wollt, was uns noch passiert ist, könnt ihr zum Beispiel auf dieses Video klicken. Auf das obere. Das da. Und wenn ihr uns unterstützen wollt, dann wäre es ganz fantastisch, wenn ihr einen Kommentar da lasst, wenn ihr die Glocke drückt, wenn ihr abonniert und natürlich immer weiter guckt. So wie ich. хoodbietbietbietbietbietbietbietbietbietbietbietbietbietbietbietbietbietbietbietbietbietbietbietbietbietbietbietbietbietbietbietbietbietbietbietbietbietbietbietbietbietbietbietbietbietbietbietbietbietbietbietbietbietbietbietbietbietbietbietbietbietbietbietbietbietbietbietbietbietbietbietbietbietbietbietbietbietbietbietbietbietbietbietbietbietbietbietbietbietbietbietbietbietbietbietbietbietbietbietbietbietbietbietbietbietbietbietbietbietb